Hallo, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid, dass Sie gekommen sind zu der heutigen Ausstellungseröffnung. Wir, Frau Gertrud Kaufmann, sitzt in der zweiten Reihe und ich, wir freuen uns heute sehr, dass wir in der Paschmin Art Gallery die Werke des Wiener Künstlers Wolfgang Erbens ausstellen dürfen. Ich bin total happy, wie es gehängt ist. Es ist sehr schön gehängt und mit sehr viel Liebe und Gefühl gemacht. Ich bin echt wirklich happy. Frau Kaufmann, Gertrud Kaufmann war jahrzehntelang die Lebensgefährtin von Wolfgang Erbens und ist als Erbin des gesamten Oeuvres unermüdlich dabei, die Kunst von Wolfgang Erbens zu verwalten und aufzuarbeiten. Ich bin Martin Wiedmann und bin seit zehn Jahren Projektleiter für das Projekt Erbens und bin fürs Marketing und für die Kommunikation zuständig. Und zusammen leiten Frau Kaufmann und ich den Verein Wolfgang Freunde Wolfgang Erbens. Er ist in Wien beheimatet und wir kümmern uns um alle Angelegenheiten rund um die Kunst von Wolfgang Erbens. Das Oeuvre von Wolfgang Erbens ist ja erstaunlich. Es sind 350 Aquarelle, 210 Ölbilder und über 700 Zeichnungen hat uns der Künstler hinterlassen. Ihr seht hier einen Teil nur davon, einen Ausschnitt, einen sehr schönen Querschnitt über das ganze Schaffen von Wolfgang Erbens. Viele Ideen und viele Inspirationen hat sich Wolfgang Erbens auf seinen Studienreisen geholt. Er hat hauptsächlich in den Bundesländern auch, natürlich in Wien einen Teil, aber vor allem in Niederösterreich. Und auf seinen Reisen nach Prag, nach Venedig, in die Karibik und Paris, wunderschöne Paris-Bilder hängen. Da hat er sich viel Inspiration geholt und hat auch ein bisschen aus der Wiener Gesellschaft fliehen können. Gesellschaftspolitisch war er ein sehr schwieriger Mensch, Sternzeichen Fisch, so wie ich. Und hatte Probleme, sich selber zu vermarkten und sich selber auch zu positionieren. Er hat mit vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet, die dann einen eigenen Stil entwickelt haben. Und sobald er gesehen hat, dass sich ein Künstler in eine bestimmte Richtung entwickelt, wollte er etwas anderes machen. Hat sogar dann Werke vernichtet, es sind etliche vernichtete Werke bekannt, also wir haben davon gehört, die eben in eine andere Richtung gegangen sind, die andere Künstler eben spezifisch ausgearbeitet haben. Und das wollte er nicht, er wollte etwas ganz Eigenes schaffen, einen eigenen Stil schaffen. Ich glaube, das merkt man hier auch. Ganz lustig ist, wenn Sie genau schauen, Sie sehen immer sehr oft zwei kleine Personen. Manchmal sieht man sie kaum, manchmal sind sie ganz, ganz klein. Da auf den Zeichnungen sieht man sie schöner, das ist eine Art Markenzeichen von ihm. Sie sind fast überall zu sehen, auf den Ölbildern nicht. Aber auf den Zeichnungen, auf den Aquarellen auch, sieht man zwei kleine Persönchen. Das ist so sein eigener Stil war das. Er konnte sich eben wegen seiner Art gesellschaftspolitisch eben nicht wirklich positionieren in Wien. Und deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass seine Werke am internationalen Kunstmarkt nicht bekannt sind. Oder kaum bekannt sind. Das sehen wir aber im Verein auch als Chance an, als historische Chance habe ich sogar geschrieben, diesem Künstler den Platz einzuräumen, den er unserer Meinung nach in der internationalen Kunstgeschichte auch verdient. Deswegen sind wir auch sehr froh, hier in Hamburg ausstellen zu können und einmal weg aus Österreich zu kommen. Die Kunstszene in Österreich ist speziell, ich weiß nicht, wer sie kennt, wer mit österreichischen Künstlern oder mit der Kunstszene ein bisschen vertraut ist, als unangepasster, sehr sensibler und auch querdenkender Künstler hatte Wolfgang Erms Schwierigkeiten, sich am Kleinen und durch Freunderlwirtschaften, sagen wir in Wien, Freunderlwirtschaften, zu geprägten Kunstmarkt eben zu etablieren. Seine Ausstellungen waren teilweise nur mit einer persönlichen Einladung von ihm zu sehen. Da musste ein eigener Stempel oben sein und ganz speziell und wenn ein anderer gekommen ist, der keine Einladung hatte, der wurde gar nicht hineingelassen. Aus heutiger Sicht marketingtechnisch nicht wirklich optimal, aber ja, so war er eben. Wolfgang Erms war zudem ein, sein Weg war ein sprichwörtlich ein harter Weg in seiner Autobiografie und es liegt das Buch von ihm auf, für die, die es interessiert, die können sich da ein bisschen durchblättern, es gibt es auch auf Amazon zu kaufen. Es kommt heraus, was er für einen Weg hat. Er wurde, er ist bei Pflegeeltern aufgewachsen, er ist in einer extrem schwierigen Umgebung aufgewachsen und musste sich durchkämpfen, das Buch liest sich wie ein, ja, also es ist eigentlich unglaublich. Und er hat es aber geschafft, eben mit harter Arbeit und mit dem Glauben an sich selbst und mit sehr viel Begabung, wie wir meinen, den Weg bis zum akademischen Maler in Österreich geschafft. Das ist gar nicht so einfach. Und er konnte dann auch seine Werke den damals wirklich berühmten Politikern wie dem legendären Bundeskanzler Dr. Kreisky persönlich präsentieren. Es gibt auch ein paar Werke, die hängen oder wurden damals gekauft, gell, von Bundesministerien. Die hängen heute noch irgendwo, ich weiß nicht genau wo, aber die wurden damals angekauft. Und spät aber doch würde ich den Österreichern sein Schaffen mit dem silbernen Ehrenkreuz der Stadt Wien. Ja, wir wollen uns heute ganz besonders bei Herrn Direktor Nuri bedanken für die Möglichkeit, hier in der Baschmenart-Galerie auszustellen, wirklich ganz toll. Auch das Engagement von Ihnen und auch von der Frau Eickmeier und von Ihrem ganzen Team war wirklich toll. Das hat ja lange länger gedauert. Wir waren monatelang in Kontakt und haben dann zwei große alte Kisten hergeschickt. Das war auch nicht so einfach, weil die sind fast durchgebrochen unten, weil sie aus der Zeit des Künstlers stammen. Ich glaube von 1960 waren die oder 70. Die sind Gott sei Dank gut angekommen. Und wir wollen uns eben bedanken, dass wir in diesem tollen und schönen und besonderen Rahmen eben die Kunst von Erbens präsentieren können. Wir wünschen Ihnen jetzt, wir, Gertrud und ich, wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Und wir freuen uns auf einen regen Austausch, wenn es irgendwelche Fragen oder Anliegen gibt, gerne zu mir oder zu Gerti kommen. Wir erzählen mehr gerne drüber. Und jetzt möchte ich gerne übergeben, wenn das Wort an Herrn Dr. Mark Kremer und er wird ein paar Worte aus kunsthistorischer Sicht hier noch präsentieren. Dankeschön. 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 Dankeschön.